Ja, hier mal ein kurzes Video, heute zum ersten Mal, aber das haben wir es ja auch schon, aber heute zum ersten Mal, der erste Tag, dass man hier langlaufen kann. Natürlich viel besucht hier, ist ja Feiertag, 3. Oktober. Ich mache mal ein Video, wenn weniger los ist. So, tschüss, bis zum nächsten Mal. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.